BABABAM 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 BAK Jetzt geht's auf Warte noch mit dem Schmeißen Warte noch Wie konnte ich denn bestätigen Was war denn das? Leertaste? Hallo und willkommen zurück Gleich nach der Aufnahme Au 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 Na schmagen, ich bin blau Oder? Ja, ich bin blau Gleich nach der Aufnahme Nach Evil Dead Wollen wir eine Runden warms Bisschen zur Entspannung wieder Da fühlt man wenigstens selbst Der Wilderer hat Hat heute schon Wie war es? Hüpfen? Hüpfen? War das leer oder Enter? Wie kann es denn so? Leerst bleibt bloß bestätigen Das ist nett Wenn man das eher Enter Weil leer bestätige den Waffenwurf Ja, jetzt schauen wir uns einmal die schöne Runden hier an Mit kleinerer Besatzung Hans Mit mir Ich bin leicht überfordert Ja, sieben Sekunden hast du noch Und am Rohwert natürlich Hallo Ja Haben wir natürlich gleich loslegen müssen Weil wir schon gestartet haben Darum haben wir jetzt die Ansage ein bisschen verzögert Ja, weil ich gesehen habe, dass ich es anders spielen Jetzt wieder einen schwarzen Bildschirm aufgenommen Ja, genau Gut, dass ich ihn umgeschaut habe Gehst du weg Du hast mein Private in Ruhe Der hat überhaupt nichts gemacht Der ist unschuldig Was ist? Wie wählt man denn nochmal aus? Rechte Maustaste Ah, ok Und dann zwei Mal leer, hast du Nein, nein, weil ich dann gleich wieviel muss draufbleiben zum Loslassen Na Oh, der sitzt Oh, ja Der war gut Oh Gratla Mal wieder spielen, wo wir uns lieb haben Ah, ja Die letzten zwei habe ich eingewungen Kann ich heute mal verlieren Nein Ich glaube, mal schauen, was ist denn die Steuerung Springer habt ihr schon rausgefunden? Ja, genau Es war das Ente Das Ente hat sich Springer Springer ist Ente, ja Ah, ok Na, schau dir, immer den Hund, he Das geht so nicht, was du davor hast Ah, da habe ich nichts Der Super Trooper, der Hund Der Newton Der Newton Du musst nur nach unten fallen lassen Das war gut Das hat mir gefallen Hupfen drauf Ja, genau Jetzt kann ich nichts mehr drücken Jetzt ist der dran am Arsch der Welt Oh, fang das wieder an Halt, du kannst was rausschmeißen Ah, da kann ich auch so rupfen Ah, außer gehen Musst du Distanzwaffen hernehmen Oh, Dynamit Oh, ich meine, das kann ich werfen Oh, da ist ein Luch Das ist ganz schön eingeschlagen Ja, scheiße Ja, scheiße Da hat man das nicht werfen kann Das ist immer das Problem Wenn du dann die Waffen hernimmst Die ist vorne Und kein einziges mehr hergenommen hast Ja, ja, genau Oh, shit Oh, shit Jetzt schnell weg Das Ding Oh, hoffentlich nimmt er nicht das Geschütze Was hinterher steht Ja, und du möchtest Du möchtest Du möchtest Ich ruhe Ja, legen um den Boogie Boogie Okay, kommen wir nur in die Ja, ja, nur auf den Boogie kannst du schießen So schön, ein Headshot Ah, daneben Echt, nur einmal schießen Das ist ein Schaufschützengewehr Das ist ja fad Oh, das passt schon Das passt schon So, Preise Massenvernichtungswaffe Das ist ja auch gut Das hat auch nochmal so einen Roboter Der kommt ja gar nicht weg Schaut er den Schild da Kommt er nicht rein Jetzt weiß er nicht, wie er aufhört Ist das ein Grippe? Mit dem kommst du auch nicht raus Quickerli Jetzt hängt er da fest Hängerchen Toll, jetzt haben wir die ganze Zeit Das Geräusch von deinem Hänger im Ding da Der Super Trooper Scheiße Oh, das war zweit Ah, wobei Oh, oh, oh Oh, mir hat nichts gefällt Toll, das hat er überhaupt nichts gemacht Das ist nicht mein Runden, glaube ich Jetzt habe ich wieder das Geräusch von dem Handy da unten Vom Purple Light Das ist nicht, wie der Hänger bleibt mir können Was hast du das da gekriegt? Verzeih Äh, du, 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 du Ich nix Nix zum Sauverlager Irgendein Hubs? Wow Irgendein Hubs hat er gekriegt Moment in der untenblatt Das nervt er mit seinem Gehen Da unten stehen zwei übereinander Schmeiß ich Granaten ab Das Sorge Juni, dann Sorge Nee, dann Sorge Der hat nix macht Erstmal mit Bio, 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 Blau Auch in Sorge Nein, nicht an Sorge Oh, ey Gibt's auch Warte, ich schieß doch gleich, du, Umi Der nervt er, der Purple Light Psychologische Kriegstaktik ist das Langsam Mühe machen Ja, ich krieg's weniger ab, als wenn man ihn Karate schlage Ja, aber beim Karate schlag muss er direkt weit sein Was dir wieder angreifbarer macht Ja Der Wolf, tust du was, oder? Ja, ja Hau ne, der steht natürlich vor dir Schauen wir mal, was das tut Oh, ich darf weggehen Aha, das macht das Bangalow So Wann ist denn eigentlich der Purple? Ja, der Purple darf ja mal mit raus sein Heftig, tierisch Und für Zuschauer losse ich den Ton auch drinnen Und Brauch Ich bin da wissen, was los ist Na toll Ich bin dabei Du sprichst in Luft und hängst echt in den Felsen Der macht die ganze Geräusche Aber er wieder Am Ort Ich zeige mich nicht das leiser Mein kleiner Chinese am Arsch der Welt ist wieder dran Ja, du hast ein Jetpack Stimmt, das war ein Schatzgeschehen Naja, aber Ich hätte die schöne Position jetzt nicht hergekommen Das ist halt sicher Oh, das wird mir schöner Nicht auf meinen zwei Stein Oh, nein Oh, den kannst du mit der Bräseln Wenn du dich hast Nein Nur 30, eine riesen fette Bombe Macht bloß 30 Schaden Wie der tanzt Und wer ist dran Der Purple Light Der Purple Light Nein, Team Gerwolf ist dran Du kannst es beenden Panzerfaust und kannst es beenden da oben Schauen wir mal, ob ich da kommen Jetzt ist er eh dran Der Purple Light Jetzt ist er dran Jetzt ist er dran Nein Jetzt ist er dran Aber der nächste ist der Purple Light Au Ja, was, was ist was? Einmal leck Das hat er ihm gut gezogen Der Super-Karl-Beutel Au Was war jetzt das? Ja, das ist ein größer Gerät, das zu wissen Das hat sogar mir was abgezogen Ja, langsam müssen sie sich nach der mal rausgekommen haben da Das ist nicht meine Runde, glaube ich Nein, nein, nein Das kann man nie so sagen Das kann sich schnell ändern Ich weiß schon, selber sind aber in die Luft gesprengt damit Ja, mit Handgranaten hast du echt gut drauf gehabt Jetzt mal Mh Mh Haltleilig geht es ein bisschen besser Mh Jetzt haben wir noch nicht gesehen, du hast noch keine Handgranaten hergenommen Noch? Nein, am Anfang habe ich eine hergenommen Achso, ja stimmt Die hört sich gut drauf Das ist glaube ich sogar der Krater, wo du gerade drin Nein, das ist der Krater daneben gewesen Aber jetzt ist der Purple-Leiter, oder? Jetzt ist der Purple-Leiter Surprise Surprise, motherfuckers Nein, endlich Jetzt du was Du Na endlich Das ist wie, oder? Und mit dem bin ich heute drin, jetzt habe ich mich eingesperrt Kost ja frei Bomben Eieieiei, was tun wir denn, was tun wir denn da? Der macht nur schnell einen Beutel von sich Hilf ich? Oh shit Oh shit Aber so haben wir selber auch wieder Ja Gut, dass das Ding von mir wenigstens etwas gepanzert ist Wow Der Pinker Der hat noch 100 Leben, der Pinker So ein Cheater Oh shit Scheinige Handgranate Wir sind am Arsch Ja Aus den Zähle bis zur 3 Ah, das ist zu weit Scheiße Boah Die könnte es eher hoch und entspringen Der andere, wie der geschrien hat Der Jolze Die heilige Handgranate Zähle bis zur 3 Nicht bis zur 4 Auch nicht bis zur 2 Schon gar nicht bis zur 5 Hä? Was reden Sie? Redet der Kokosnuss Okay Eieieiei Ich habe so lange nicht mehr gesehen, dass ich das nicht mehr wusste Nein, den anderen da unten, der war sich da fest Der Einstein Ja, die haben nur einen Hirnpatzel Wie von allen ins Loch Wie der tanzt hat Das war nicht Das war nicht Nicht Mäp, mäp Aha Hm Wir gehen Emil, wir gehen Das war nicht Da, 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 da Haha Das war ein Jungen praktisch Nein, der dann da oben fällt So habe ich jetzt nicht gedacht Oh, eine Kugel hat mich drauf Oh, was trägt man Ja, 5 Na gut, du hast mich nicht drauf Weil es war ein 25er gewesen Mit 5 Schuss jetzt Ja So viel schöne Kisten Jetzt hat uns der Gerwulf schon wieder eingeholt Ja, ja In die Punkte Er gewinkt dir unten, er gewinkt dir unten Müssen wir entgegenwirken Ja, ja, müssen wir entgegenwirken Wow, die habe ich gesessen Oh, ja Zeige ich noch einen Krattler Oh, ja Und da hat er drei Würmer ausgeschaltet Ja, und zwei davon von mir Machen fertig Ist das quasi aufhören Machen wir ein Peltel davon Boah Nein, 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 nein Gleich nochmal schauen, ob das Handy passt Oh, der hat wetter Sehr gut, sehr gut, sehr gut Oh, nur ein wenig von den dreckigen Blau Riech einmal auf den komischen Button, was das ist Deine Mama kann auf den Button drücken Ich meine, dass man den Eis sammeln kann Das weiß ich jetzt nicht Ja, ja, freilich Oh, oh, der hat gesessen Ui, ui, ui Ja, der sitzt Und zwar dermaßen Hat sich kein Eigenschaden verursacht Ui, ui Das macht schon ein gescheites Luft, die heilige Angranate Ja, Feuer mal direkt auf den Kopf, ha Hm, hm Wo geht's denn eigentlich nicht her? Oh Ouh 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 Das war ein Selbstmachkommando. Ein Seemons-Bram. Ich habe den Partner nicht gesehen. Jetzt auf Matikman gestern. Jetzt auf Matikman. Jetzt weißt du, was da passiert. Ich glaube, ich weiß schon, wie die Folge heißt. Mine am C tut sehr weh. Wer suchet, der findet. Wer drauf tritt, verschwindet. Trimmvogel. Der braucht noch ein bisschen, bis er da draußen ist. Ninja. Nein. Blöder Berg. Der Einstein. Der klügste Wurm unter der Sonne. Ah, das ist eine Punkerbombe. Ah, okay. Wow. Was zur Hölle war das? Nee, B, B. Ja, was zur Hölle. Was zum Finger war's brainer? Komm. Mami... Pinky und der Brain, ja Pinky und der Brain, im Tiefesus Labor, da ist das geschehen... Au, 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 der zwickt! Ja, der hat auch gesessen. Ja, freilich, den Gehrwolf links ist ja direkt vor Taxen, gell? Perfekt! Oh, shit! Das könnte ich da auch irgendwie zwicken. Ich bin da eingefallen ins Loch. Ich mein, das war ein Flammenwerfer! Scheitbrenner! Ja, ich mein das! Nein, jetzt ist die Zeit um! Ich mein, das war ein schönes... Da will ich denn überhaupt noch eins, zwei, drei Würmer, ne? Ja. Und ich hab jetzt zwei und zwei. Ja, ja. Der Rot ist der Hauptfeind. Nein, oder ihr habt's mehr. Drei und eins, oder? Nein, zwei, zwei. Aber... Also, Ohren mehr hab ich noch. Ah, aber nicht mehr lang. Ich hab da gar nichts da, du hast mir jetzt auch nichts. Ich hab dir nichts da! Schub's neues Loch! Aua! Das ist nicht nett! Revenge! Revenge! Ja, ich hab grad hier, du hundert! Das ist ja gut! Wo ist ich brauche, du weißt? Das ist das Problem! Nein! Brrrr! Gott sei Dank! Lüder Baume! Hm! Ja klar! Wohl, ne? Ich hab jetzt auch noch wo, weißt? Den schmeiß ich dir natürlich vor Taxen, weißt du? Ja, das Glück ist ein Rimpfig und sucht seines Gleichen, gell? Ja! Jetzt baut er sich noch ein R mit seinem Sepp wieder. Boring! Boring! Ja, jetzt kommst du den jetzt bald noch mal raus da. Jetzt bist du bald frei. Gleich hast du's geschafft. Nein, noch nicht ganz. Ich hab mir den Verbandskasten noch gehört. Ja, da kann ich noch mal zurück. Ja, da wartet normalerweise einer von mir jetzt. Jetzt komm ich nicht raus, weil da der Kadaver rumsteht da. Ja, da ist das ganz gut. Ja, da ist es ein Rumpfig. Was sitzt da? Die haben wir raus geschmissen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie man den reinsetzt. Ach so, gewechselt! Das geht auch? ok und so bin ich wieder erste das ist schön das freut uns so ja jetzt müssen wir wieder ja jetzt muss man fern gehen nur zu werden den seppi hat er sich einbaut ja das stört mich schon ein wenig der wird ein habser gründer jetzt habe ich bald bloß noch einen das wird ja ganz die funden durchkramt zu ihm auf für ein bisschen schwierig hast du nicht die luftangriffe und so natürlich das ist jetzt aber schief geketert man fertig den pinker da müssen wir irgendwie zu dem einstein umhören naja im purple und komplett hundert ja da wäre gewinnt ja eben darum müssen wir uns da irgendwie kämpfen ja genau wenn es mir du nicht da am blotter du schießt dabei auf mich ja nie nicht da 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 ne neun acht sechs fünf vier wie war das mit handgranaten du hast jetzt besser drauf ja ja es hat ja keine selbstverletzung gibt das ist nicht das stimmt wohl ja aber dass die nach gewissen dauern exportieren ist natürlich schlecht ich weiß nicht ich hab dich befreit matrix man ich hab dich befreit denkt dran das gotti hat ihn abgebeamt er möchte den hubschrauber ja sehr gut auf der anderen seite ist der feind du kommst du nie wieder raus das bin ich habe gesagt du kommst du kommst da nie wieder raus So, da drüben war ein Klaut, das war die Rache. Eigentlich wird die hüpfen. Das war die falsche Taste. Ja, aber das wäre jetzt trotzdem herausfordernd. Na, für mich nicht mehr, für mich ist gleich vorbei. Ja, der hat es drauf. Weiß um, mehr kann man da nicht tun. Ja, hast du ja drücken. Aha, der kann also nix, das Auto. Ja. Außer vorn. Und es ist wirklich was vorne. Das ist der Map natürlich super. Jetzt halt es um. Bis der die Maps gibt. Steig ich aus. Oh, der geht zu weit. Er trifft mich gar nicht. Ich möchte ja aussteigen, wir kommen ja aus dem Ding wieder raus. E-Drucker. Schau mit dir. Ach, Gott sei dunkel. Das Ding ist ja schon ziemlich durch. Ja. Ja, hoch mit dir. Es sieht shit weg aus. Ich geh um, Vogel. Oh. Oh. Oha. Oh, leck. Boah. Alter, Scholli. Du kommst da nicht außer mit dem Ding. Boah. Du kommst da nicht außer mit dem Ding. Sonst kommst du ja nicht auf ihm. Ach, geht er mit? Aha. Boah. Ist der scheiße zum Fliegen. Das Fassl kommst du auch auf ihm da unten. Boah. Mächtig. Boah. Mächtiger. Boah. Oh, oh. Let's go. Ah, super. Die Insel versinkt schon langsam. Nice. Ich traue, dass ich einmal auch so ein Luch aussehe. Ja, ja. Das hörst du? Auf den roten Knopf muss ich doch hier teleportieren. Ja, das ist ein super Beamer. Trooper, du bist der Beste, da waren sie dir noch lieb. Super Trooper! Wenn du ihn riefst. Oh! Alter, Scholli! Boah, einer noch! Das gibt's ja nicht verrückt! Ja, endlich! Das kann ja nicht wahr sein! Das kann ja nicht wahr sein! Der war jetzt geil, ja! Folge dem hellen Licht! Da, nächstes war jetzt da. Ich denke an eine Höhle. Versuch dann wieder rauszukommen mit dem Hubschrauber. Versuch dich lieber über den da drüber zu setzen, zum schießen. Okay, du schaffst das! Dung, 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 dung! Wie so eine fette Flüge an der Scheiben! Oh, die Zeit vorbei, oder was? Cool, das war knapp! Auf den Hubschrauber, auf den Hubschrauber! Der hat noch die meisten Punkte, der Typ! Na, auf den Purple Light! Da geht's nicht raus! Da geht's nicht raus! Ja! Was haben wir denn noch überhaupt als... Eine Lenksuch-Rakete, dann triffst du schon den Hund! Trifft, halleluja! Ach, das wird beides! Da trifft er uns beide! Oh, ich glaube, ich habe überlebt! Ich habe überlebt! Ich habe überlebt! Ich habe überlebt! Glück gehabt, ja! Schaut, dass ich dich nicht triff! Okay! Je mehr, dass man trifft... Aua! Aber der Hubschrauber ist wichtiger, dass ich klar kriege! Ich habe da super! T-t-t-t-t-t! Pagata super! O-oh! Für dich könnte das Tüdli jenden! Ja, für den ist es tödlich. Jetzt mit der Luftwaffe drauf, mit der Luftwaffe drauf. Oh, kein mehr. Prall oder eine Luftwaffe? Matrixman ist jetzt erster. Obwohl er gerade einen Wurm verloren hat. Das ist ein Hund. Jetzt habe ich wahrscheinlich absolut null Sinnvolles hier. Luftschlag, Luftschlag. Bunkerbombe, irgendwas auf den Hubschrauber. Bunkerbombe halt, ja. Direkt auf den Heli. Oh, jetzt ist er schon durch, durch den Bock. Jetzt trifft er natürlich. Gut, du hast die Bunkerbombe nicht von großem Schuh. Nein, mach nicht so viel. Oh, jetzt ist der Heli. Oh, jetzt ist der Heli. Oh. Es war jetzt Dusel. Einen minimalen Balken. Einen. Oh, jetzt musst du es nicht zerreißen. Ich habe echt nichts mehr, was irgendwie Sinn ergibt auf die Entfernung. Ich habe das selbe Problem da unten. Ich habe auch gerätselt. Ich habe keinen Luftschlag mehr gehabt. 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 Schauen wir mal was dort drin ist. mit seinen drei da liebt er noch mit seinen drei sind es da fröhliches hin und her beamen oder was gleich zwei kisten aber die kriegst du nicht mehr die kriegst du nicht mehr die bei nur bau 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 wenn sie hoch genug bieten auf einem drauf ist vielleicht das ist ja auch die kiste schauen wir was auf der kiste ist in der kiste welche kiste dabei seiner seiten rennen ganz rechts direkt über seine kisten dann nimmst du es nämlich direkt und was war drin ganzen haufen irgendwie komische pillen was haben wir denn noch was haben wir denn noch nichts mehr nichts mehr von sinn was das war das letzte er sehen wir in der nächsten folge servus gute knappe runde die auto bloß noch drei der matrix mit normaler mir dann wird mir auf die andere seiten vor dem stelle hinaus gekickt oder mit der utzi da kann er nicht raus scheiß drauf das klang wenn man mit schnippen wird mit finger ja ich weiß nicht ob das soweit geht damit uns interessieren ob bei ihr nebs gekotet ja aber mit dem schaden schon allein trink für einstein ist es wird ein hartes ende da unten beim edikit verdammt wenn ich da schwimmen da komme ich nicht mehr hoch wahrscheinlich nicht mehr einsamen einsames match gegen die zwei einsames mits wer steht am herrn also mit dann kann der hektar grüner der hat noch irgendeine lenkraketen hinter dem petto oder irgend sowas verschanzt jetzt in dem bläden haus und ich griff ihn nicht gibt es eine der möchte gar nichts mehr sind passiert du darfst fertig wochen haben wir schon ein paar 40 minuten wüscht folge dauert so lange wie es dauert da muss man durch attacke spreng in die luft zum einen und nixen das muss die zuschauer zu sagen da ist es ja der kleine kommunist das ist der wälder ja ich habe absolut nix da um dir auf die distanz zuzugreifen Ich muss näher hin. Ich hab kein Padpack mehr, ich kann nicht alle zu dir. Oh shit, oh shit, oh shit. Der, der was ich. Ich töte den jetzt. Jaaa! Ah der! Der Hund, der. Und deinen Grabschwerfer senke ich auch noch. Ich hab bloß heilige Handgranaten und so Zeugel gehabt. Keine Rakete, kein gar nichts mehr. Jaaa! Ja klar reicher Sieg. Glückwunsch an den knacken Sieg. Ja, auch ein Glückwunsch. Es hat lange so ausgeschaut, wie wenn es das nicht geschafft hat. Also Leute, wenn euch das Match gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da. Damit wir uns freuen. Weil sichene Spiele machen uns auch brutal Spaß. Vielleicht möchtest du ein paar sichene Sänger, wo wir gehen und spielen miteinander. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Servus! 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 Servus!